Wie ist der Ablauf für Sie nach einer Facelift-Operation? Am Morgen nach dem Eingriff entferne ich den Verband um Hals und Gesicht und ersetze diesen typischerweise durch einen leichteren Verband. Dieser kann dann am zweiten Tag entfernt und durch eine leichte elastische Binde ersetzt werden, die nachts für zehn Nächte getragen wird, um den Hals zu unterstützen. Nach etwa neun Tagen entferne ich die Fäden. Nach zehn bis elf Tagen können Sie schon wieder abdeckendes Make-up tragen. Nach zwei bis drei Wochen kann man wieder Sport beginnen und sachte steigern. Im weiteren Verlauf sollten Sie Sonnenexposition meiden durch gute Sonnencremes, etwa acht Wochen lang nicht in die Sauna oder in Solarium. Für alle weiteren Fragen steht Ihnen mein freundliches Team selbstverständlich gerne zur Verfügung.